Vielen Dank, Theripi Jermain, für diesen Input, für diesen Durchgang durch das Leitmedium, das wir haben, Tagesschau. Wir alle hängen an Tagesschau, das muss ich Ihnen nicht erklären. Sie haben jetzt die Gelegenheit, sich kurz an Ihrem Tisch zu verständigen und Fragen zu dem Input aufzuschreiben. Und in etwa fünf Minuten sind wir dann wieder hier auf dem Podium. Ich würde Sie bitten, so langsam, oder nicht so langsam, sondern eher zügig, diese erste Flüsterrunde zu beenden. Fragen aufzuschreiben, wie gesagt, die werden dann später eingesammelt von meinen Kolleginnen. Vielen Dank. Sie haben dann gleich noch, beziehungsweise im Anschluss an das Panel, Gelegenheit, Ihre Diskussion fortzusetzen. Jetzt erlauben Sie mir bitte, dass ich Sie unterbreche. Wir haben ja gehört, dass, und daran erinnern Sie sich auch sicherlich noch, dass Köln, dass ja sehr, sehr viele unterschiedliche Informationen durch die Medien ging. Man hat es, wir haben es gesehen, man hat es genutzt, um eine Bevölkerungsgruppe aus dem Land zu halten, die nur vermittelt, wenn überhaupt damit was zu tun hat, nämlich die Geflüchteten. Meine erste Frage hier an das Panel ist, was bleibt eigentlich für Sie aus dieser ganzen Gemengelage von Köln übrig? Was ist für Sie das, was Sie sich vorgenommen haben, so das vergesse ich nicht. Daran werde ich mich erinnern, auch nicht zuletzt im Hinblick auf den Input, den Vicky Germain gegeben hat, eben, dass ja diese ganzen Stereotypen eine Kolonialgeschichte haben, um eine historische, also eine historische Vorläufe haben. Ich fange einfach mal bei Ihnen an. Ja, erstmal guten Abend. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Was nehme ich aus Köln mit? Ich habe sehr viele offene Fragen bezüglich Köln. Also natürlich Fragen, die Sie auch vorhin in Ihrer Einleitung angesprochen hatten, nach, wer waren tatsächlich die Täter? Denn das wissen wir immer noch nicht. Was genau ist passiert? Was wird aus den Betroffenen? Also in der Hinsicht habe ich sehr viele offene Fragen und dann herrscht auch sehr viel Verwirrung. Und aus der Verwirrung entstehen weitere Fragen und die betreffen halt auch den Diskurs und die Debatte in unserer Gesellschaft. Und ich frage mich, worüber wollen wir eigentlich sprechen in Deutschland? Wollen wir über Nordafrikaner sprechen? Oder wollen wir über den Islam sprechen? Oder wollen wir über Sexismus sprechen? Und Sexismus kennt meines Erachtens nach weder geografische, noch politische, noch kulturelle, noch religiöse Grenzen. Also worüber wollen wir eigentlich wirklich sprechen? Das ist auf jeden Fall etwas, was ich mitnehme. Und woran ich mich immer erinnern werde, wenn wir über Köln sprechen, und ich meine, Köln ist noch nicht abgeschlossen. Also das heilt natürlich noch nach und wir wissen nicht, wie sich die Debatte weiterentwickelt. Aber woran ich mich auf jeden Fall immer erinnern werde, ist die derartig rassistische Berichterstattung, die Reaktionen, die steigenden Ressentiments. Das sind alles Dinge, die ich mitnehmen werde. Also die Tatsache, dass quasi die rassistische Debatte die Debatte über Sexismus komplett überschattet hat. Es war auch irgendwie, so makaber das klingen mag, war Köln eine Gelegenheit in Deutschland, gesamtgesellschaftlich über das Problem Sexismus zu sprechen. Und das haben wir nicht geschafft bis jetzt. Frau Pizal, was nehmen Sie mit? Was möchten Sie unbedingt erinnert haben? Und woran werden Sie sich selber immer erinnern? Ich habe jetzt notiert auf Ihre Frage drei Empfindungen. Das eine ist Ärger, das andere Irritation und das dritte Bedauern. Ganz kurz erläutert Ärger angesichts einer Vielzahl von Frauen. Ich habe von männlichen Angegriffenen bislang nichts gehört. Frauen, die in einer Situation sich selbst überlassen werden, die eigentlich so unüberschaubar ja gar nicht ist, wo niemand eingreift und die Frauen sind alleine. Das ärger dazu. Irritation zu dem rechtsfreien Raum, der sich damit auftut. Und das war für mich das eigentliche Entsetzen, hätte ich auch sagen können. Aber als Kül-Juristin habe ich mich dann für Irritation entschieden. Verstört hätte man auch sagen können, dass es so etwas gibt. In einem Land, von dem ich gedacht habe, alles ist geregelt. Es sind ja keine unübersehbaren Horden von Menschen gewesen, nicht Zehntausende, keine Katastrophensituation. Und das hat mich zutiefst irritiert und auch in meinem Gefühl, meinem satten Gefühl als 1957er Jahrgang, dass dieser Rechtsstaat immer da ist, wenn ich ihn brauche, erschüttert. Ich hoffe, dass sich das wieder gibt. Denn auf diesem Vertrauen basiert dieser Rechtsstaat. Wenn das weg ist, nicht nur bei mir, sondern vor allen Dingen auch bei vielen anderen, die beruflich auch nicht so sehr damit verhaftet sind, dann ist das sehr schlimm. Das dritte Bedauern. Das Bedauern über die Instrumentalisierung dieser Vorgänge. Die Vorgänge an sich will ich überhaupt nicht beschönigen. Das haben wir auch direkt in unserer Pressemitteilung, die Sie dankenswerterweise erwähnt haben, klar gemacht. Da ist etwas geschehen, das muss verfolgt aufgeklärt werden. Aber das Bedauern darüber, dass Dinge, die längst überfällig sind und die ohnehin eigentlich tagtäglich diskussionswürdig sind in dieser Gesellschaft, begangen von Menschen, die schon immer hier wohnen und leben, das erfüllt mich wirklich mit einem großen Bedauern, auch über das Verhalten der Politik. Das als Aufriss zu dieser Frage. Danke. Frau Germaine, möchten Sie vielleicht noch etwas hinzufügen, was Sie nicht vergessen möchten? Ich denke, für mich, die Sache, die mit mir bleibt, ist, wenn man mit Kindern arbeitet, man denkt, was wir hinterlassen. Man denkt, was in der Geschichte bleibt. Definitiv die Instrumentalisierung. Es ist eine der Dinge, dass du denken, wie die Identitäten von diesen Menschen von den Folgen sind, zu setzen mentalen Barriere in unsere Tränen. Das ist das Thema, die uns auszumischen Beziehungen zu beantworten, die Menschen aus verschiedenen verschiedenen Chargen in der Germanen Gesellschaft auszucht, was das bedeutet. um shock shock at how um how the 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 women are being used to facilitate this this argument this discussion and and shock that it's something that's been going on for so long um oktoberfest oktoberfest is a situation where you see this but with vermeintlich you know white german men um but that's okay because if you're white and german you can touch and do everything that you want but it's not okay if you are considered someone with migrationshintergrund um the repercussions that this has on on you know children i work with very young children at the moment the repercussions that it has on them when i see them being you know angus vets they are being made black they are being defamed and one day they will grow up and realize this what happens then herr garadines sie haben das schlusswort für die erste runde ja ich bin fälschlicherweise davon ausgegangen dass ich gleich dran komme deswegen hatte ich das mikro schon gegriffen was bleibt für mich ich muss gestehen dass ich anfangs auch sehr geschockt war geschockt über die ereignisse zum einen aber in zweiter instanz kam bei mir gleich glaube ich wie bei vielen anderen menschen auch gerade von bei menschen mit sogenannter migrationsgeschichte ganz schnell ins bewusstsein das wird nicht glimpflich für uns ausgehen und ich glaube dass sich das sehr schnell bewahrheitet hat ich muss ehrlich sagen in den diskussionen die ich im nachgang geführt habe das waren nicht wenige ist mir oft die position entgegengebracht worden dass es beispielsweise eine ziemliche erschütterung gab in dem glauben an an den rechtsstaat das ist eine interessanterweise eine position die mir ausschließlich von mehrheitsdeutschen weißen personen entgegengebracht worden ist denn dieses vertrauen das ist leider Gottes so dass das halt menschen die in dieser gesellschaft von rassismus betroffen sind die rassismus seit kindersbeinen an erlebt haben dass dieses vertrauen leider nie entstanden ist und ich möchte das nicht generalisieren das eine tendenzielle aussage ich möchte sie nicht absolut da wird dazu auch nicht beigetragen ich möchte das nicht als absolut verstanden wissen aber ich meine in der hinsicht dass es eine sehr berechtigte aussage ist dieses vertrauen ist nie da gewesen es geht los bei den kleinsten ereignissen die jetzt von frau germain schon kurz angerissen worden sind die zuschreibung die man ja als kind schon letztlich zugesprochen bekommt mit denen man konfrontiert wird die dann eigentlich das ganze leben über so weiter gehen und die halt letztlich auch das was man darstellt definieren und ein letztlich halt auch immer wieder auf diesen einen aspekt reduzieren und für mich ist das eine abscheuliche tat gewesen was da passiert ist ich weigere mich mittlerweile fast schon diese chiffre köln in mund zu nehmen ich finde sie hat so eine art ja es ist so normativ aufgeladen es ist halt über über wird so aufgebläht ich würde mir wünschen halt wenn es so eine chiffre ist dass sie halt den gleichen rang bekommt die andere chiffren ja chiffren wie heidenau wie freital wie soling wie heuerswerda das sind für mich chiffren die halt für dieses land halt in meines also in meinen augen in den augen von menschen die mir nahe stehen geprägt haben und das ist das was ich so ein bisschen wieder mitnehmen aus diesem diesem diskurs dass leute dass menschen wie ich wie ja dass viele viele mitstreiter sich seit jahren in dieser gesellschaft bewegen politische bildungsarbeit vollziehen versuchen menschen zu sensibilisieren für bestimmte belange und dass das da immer noch sehr viel arbeit auf uns wartet denn es reicht der kleinste anlass in dem fall ist es kein kleiner anlass also aber es reicht im grunde genommen kommen immer wieder anlässe vor in denen halt all das was da an rassistischem wissen an gesellschaftlichen etablierten tradierten wissen vorhanden ist was bei allen auch von mit der muttermilch sage ich ein bisschen provokativ mal aufgesaugt worden ist was sehr schnell zum vorschein kommen kann und das ist das was für mich stück weit bleibt herr karadinez ich möchte gerade noch mal einhaken sie haben ja gesagt leute wie sie die zuschreibung frau germain hat das auch erwähnt was passiert eigentlich mit den kindern wenn sie realisieren in welche systeme sie immer wieder hineingezogen werden in welche bedeutungssysteme die sie per se abwerten in dem fall jetzt hier in köln geht es ja auch ganz stark darum dass sozusagen der rassismus gegen den schwarzen also gegen den spa wir haben schwarzhaarig oder auch gegen den schwarzen täter so kommt mir vor ziemlich unreflektiert ist also sozusagen auch auch in feministischen kreisen also weil das dann sozusagen mit dem patriarchats vorwurf versehen wird und dann wird eigentlich nicht mehr darüber nachgedacht über die pauschalisierung über den rassismus über die also über den über die rassistische komponente oder die zentrale rassistische aussage sondern man kann das schon sagen dass der araber der muslim ein gesellschaftliches problem darstellt sie haben mir im vorgespräch erzählt ihr vater ist so genannter gastarbeiter wurde als gastarbeiter beschrieben dann als türke dann als muslim also es gibt ja dann auch so die geschichten der der rassifizierten zuschreibungen wie würden sie denn die wirkungsketten beschreiben also was macht das sie arbeiten ja politisch auch genau mit diesen wirkungsketten was machen diese zuschreibung eigentlich für für die entsprechend definierten leute mit ihren vorstellig vorstellungen von männlichkeit von männlichkeits konstruktion könnten sie da noch mal was zu sagen ja was ich im vorgespräch erwähnt habe das war dann tatsächlich dass so noch ein zwei glieder in der kette hinzukommen eigentlich mein vater ist glaube ich als gastarbeiter angeworben worden im laufe der ersten jahre ist er dann zum ausländer mutiert laufe der 80er wurde er zum türken so ab mitte der 90er wurde er dann moslem mittlerweile ist er auf dem weg zum nordafrikaner obwohl er türkischstämmig ist aber ja das ist für mich ganz spannend aus der wenn man so will ja außenperspektive ist es in dem fall nicht wirklich aber es ist natürlich etwas was mir sehr deutlich vor augen führt dass das letztlich wenig mit meinem vater zu tun hat und ich spreche das mal runter auf diese eine person sondern vielmehr mit der gesellschaft und den diskursen die in dieser gesellschaft ablaufen was glaube ich frau germain auch sehr schön angesprochen hat oder angerissen hat ist dass es halt zyklen gibt in dieser gesellschaft und zyklen die wiederkehrend sind die sich reproduzieren es gibt so einen schönen ausspruch wenn wir geschichte nicht verstehen grob wenn ich zusammenkriege dann sind wir dazu verdammt sie zu wiederholen ich habe in meiner schulzeit häufig wie viele andere menschen hier wahrscheinlich auch mich mit der ns zeit auseinander gesetzt und ich habe mich immer gefragt wie kann das passieren wie kann eine gesellschaft in so eine dynamik geraten wie kann es so etwas geben ich habe in den letzten wochen monaten und auch jahren das gefühl dass ich ja dass ich das anfange langsam zu verstehen wie wie in einer gesellschaft so eine dynamik entstehen kann dass das das ja wirklich dass menschen ihren verstand verlieren stückweit das die ratio ablegen emotional auch so verhärten dass sie nur noch mit rassistischen stereotyp und zuschreibung arbeiten und für nichts anderes mehr viel raum bleibt das ist für mich ein aspekt der zweite aspekt den ich in dem kontext noch erwähnt haben möchte ist diese diese zuschreibungs routine die funktionieren ja auch relativ banal also wir versuchen in solchen diskussionsrunden oder auch mit der frage die sie jetzt gerade gestellt haben so interpretiere ich das zumindest die zielt darauf ab dass man gesellschaft welt die durchaus komplex ist ja und manchmal von uns als sehr einfach begriffen werden will dass wir versuchen diese dieses runterbrechen ja in der art und weise nicht ganz durchkommen zu lassen nicht ganz gelten zu lassen ich glaube dass die welt eigentlich noch viel komplexer ist ja es gibt halt momentan in deutschland zu einer art stellungskrieg es gibt da so eine so eine front auf der einen seite rechtspopulisten und mehr auf der anderen seite so ein bisschen die menschen die halt manchmal ein bisschen despektierlich gut bürger genannt werden oder was auch immer und es wird versucht kein zentimeter zu weichen mit argumenten so ein bisschen erst mal die stellung zu halten bis diese emotionale welle abgeschwappt ist und man wieder weiter diskutieren kann gleichzeitig gibt zeit irgendwie in anderen gesellschaften ja leute die dafür ein sich einsetzen dass halt dass das menschenrechte mehr zur geltung kommen dass feministische position eine stärkere position bekommen und tatsächlich bedeutet das halt manchmal auch dass sie sich mehr solidarität wünschen würden aus beispielsweise feministischen kreisen in deutschland oder in europa denen dann aber mitunter nicht gewährt wird und da hat man dann schon wieder in die nächste falle und also es zeigt sich welt ist einfach tatsächlich sehr 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 komplex und wir neigen dazu viele filter vorzuschalten um sie begreifen zu können aber man müsste eigentlich jede position immer wieder aus verschiedensten sichtweisen erörtern differenzieren aufdröseln und dann mal schauen wie das wie zur geltung kommt ja stichwort komplexität aufdröseln das überraschende bei hashtag ausnahmslos war ja vor fedora mensa sie scheinen also diese diese initiative war ja so klar auch ich fand auch genauso das galt auch für die pressemitteilung vom deutschen juristinnenbund aber eben in der zusammensetzung ja auch genau ganz klar gesagt wir sind wir sind vielfältig unterschiedliche positionierung und wir haben eine ganz klare aussage sozusagen die vielfältigkeit führt nicht zu einer also zu einem sagt man blurring also zu zu einem unscharf werden da da unserer position und genau darin war war ja dann auch ein hashtag ausnahmslos extrem wirkmächtig können sie was zu der genealogie sagen wie 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 seid ihr eigentlich zusammengekommen und das wäre meine eine frage und vielleicht dann im zweiten im zweiten teil es ist ja sie hatten es auch angesprochen ihrem statement es ist ja der feministische ist ja den unterschiedlichen feministischen szenen nicht gelungen die debatte um herkunft entsprechend zu relativieren um zu der frage umgang mit sexualisierter gewalt umzugehen wo würden sie denn sozusagen die defizite erkennen oder wo sagen wie das waren die stellschrauben die eben nicht entsprechend gedreht wurden genau erst mal zur entstehung von ausnahmslos also wir bestehen aus verschiedensten feministinnen in unserer gruppe einige unter uns kannten sich schon zuvor also wir waren jetzt nicht alle komplett unbekannt untereinander wir verkörpern auch nicht nur einen feminismus sondern mehrere feminist men was aus der zusammensetzung ersichtlich wird zum beispiel durch kyber gymische die vielleicht eher muslimische muslimischen feminismus verfolgt und so weiter und ich glaube das ist auch was sie ja auch gerade ansprachen das besonders schöne an ausnahmslos dass wir quasi das ermöglichen worüber die gesellschaft gerade streitet nämlich das verschiedenste menschen an einem strang ziehen können und gemeinsame ziele definieren können und diese ziele haben wir in unserem aufruf nach köln zusammengefasst also wir waren alle natürlich sehr empört über das was in köln passiert ist als feministinnen natürlich umso mehr auch als frauen als potenzielle betroffene und gleichzeitig aber natürlich auch empört über diese rassistische berichterstattung und emina aslan hatte dann im ursprung die idee wollen wir nicht irgendwie frauen feministinnen zusammenkommen lassen und was neues starten auch als reaktion aber nicht nur als reaktion auf köln sondern wir wollen auch nachhaltig wirken und so kamen wir alle peu à peu zusammen und wurden uns relativ schnell einig darüber was in unserem statement stehen sollte und es waren eben auch forderungen an die politik an die gesellschaft und an die medien wie mit dem thema sexualisierter gewalt an an frauen und auch anderen menschen die sich nicht innerhalb dieser binären gender strukturen verorten wie so eine Debatte und wie ein umgang mit dem thema aussehen könnte und wir wollten uns ganz klar distanzieren von rassistischen einordnungen und und bewertungen dieser vorfälle und wir stehen natürlich auch für einen intersektionellen feminismus also wir möchten gerne diverse diskriminierung diskriminierungsformen berücksichtigen in unserer arbeit also auch die verschmelzung von rassismus und sexismus oder ageism ableism verschiedenste diskriminierungsformen die es gibt und wir verstehen uns also auch als antirassistisch und wir sagen es kann nicht angehen dass wir anti sexistische arbeiten aber es in kauf nehmen aber rassismus in kauf nehmen das ist für uns absolut keine option es sollte für niemanden eine option sein wenn man sich einsetzt für für derartige themen dann dann sollte man sich mit der gesamtheit befassen und nicht nur mit einem mit einem kleinen teilchen das ganze ja so wie sie das beschreiben ist es so derartig einleuchtend dass ich noch mal meine frage wiederholen möchte warum also aus ihrer perspektive warum ist das dann trotzdem nicht flächendeckend gelungen also warum haben wir dann doch auch in grünen kreisen und umfeldern darüber diskutiert ob wenn ich doch über die also ob wir nicht doch die herkunft nennen müssen und ob das nicht ob das nicht so diese eigentlich dieser kodex der in zeitungen herrscht also kodex nicht keine also es ist sozusagen ein ehrenkodex dass man eben nicht über die herkunft berichtet sondern über die tat das ist komplett aufgegeben worden man es ist auch wenn wir haben auch gesehen dass dieser kodex durchaus wenn es dann um straftat oder gewalttaten gegen geflüchtete geht dieser kodex wieder eingezogen wird das war in dem input von zu sehen der schuss auf den syrer wurde eben da ging es nicht um die herkunft des täters das war überhaupt kein thema also noch mal die frage warum warum war denn die feministische öffentlichkeit in den in ihrer breite so schwach wo würden sie sagen das sind die drei fehler die gemacht wurden nicht weil 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 wir jetzt arrogant sein wollen sondern weil wir natürlich jetzt hier auch nach fehlern suchen weil das dass wir werden ja die nächste gelegenheit haben uns wieder gegen rassismus stellen zu müssen ich glaube das geht auch stark wieder in die richtung was ich eingangs gesagt habe meine fragen worüber wollen wir überhaupt sprechen und ich glaube dass wir dass viele vielleicht einfach nicht über sexismus sprechen möchten sondern über andere themen die gerade in unserer gesellschaft sehr dominant sind wie zum beispiel die geflüchteten problematik und dass viele leute sich vielleicht wohler fühlen darüber zu sprechen anstelle über das eigentliche zu sprechen ich glaube dass sexismus an sich auch ein Punkt ist warum wir nicht den mainstream sozusagen mitbestimmt haben und das sind mechanismen die hat es auch in den sechzigern und siebziger jahren schon gegeben und ich denke wenn wir kein sexismus problem hätten in deutschland dann hätten die medien beziehungsweise das problem würde es natürlich immer noch geben aber die medien hätten ja auch viel mehr den fokus auf sexismus setzen können anstelle von geflüchtete zu wanderung und so weiter und ich glaube das ist ein ein mechanismus der hat viel damit zu tun dass eine selbstreflexion fehlt dass auch gewisse menschen an der macht sitzen zum beispiel in redaktionen wenn wir das jetzt runterbrechen deren privilegien angesprochen werden würden durch eine selbstreflexion und das ist einfach unbequem und ich glaube das ist ein wichtiger punkt ein anderer Punkt ist natürlich auch die politische reaktion die dermaßen auf diese ich nenne es jetzt einfach mal afd rhetorik aufgesprungen ist das alles andere in hintergrund gerät also wie kann denn eine reaktion auf sexualisierte übergriffe eine politische reaktion wie kann die denn so aussehen dass am ende das erste gesetz das wirklich angegangen wird das asylrecht ist also das leuchtet mir einfach nicht ein ja i i absolutely agree i think one of the other things that we are dealing with as well in the media is that the same is as we had this discussion a few years ago about people of color not being given the platform to speak women are not being given the platform to speak about our own bodies about things that happen to us even though we are instrumentalized for asylgesetz or closing the borders or not letting people in i mean it's 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 the same story over and over it's the cycle that just keeps repeating itself das nehme ich jetzt als stichwort der der kreislauf der sich immer wieder wiederholt das wollen wir jetzt hier nicht machen damit kommen wir jetzt zu dem zweiten teil thematischen zweiten teil unseres abends nämlich wie gehen wir tatsächlich mit sexualisierter gewalt um es gibt gerade eine debatte eine notwendige debatte weil das deutsche strafrecht paragraf 177 reform bedürftig ist das ist festgestellt worden im kontext von von der sogenannten istanbuler konvention die vom europarat verabschiedet wurde seit 2014 in kraft ist und die den auftrag an die deutsche bundesregierung gegeben hat das sexual strafrecht zu reformieren fehlende schutzlücken zu schließen und genau das ist momentan in der in der mache sie haben sicherlich schon von der kampagne nein ist nein gehört und deswegen bin ich jetzt sehr froh dass wir jetzt zum juristischen teil wechseln können und damit aber auch zu dem thema um das es uns eigentlich geht nämlich sexualisierte gewalt tatsächlich ausnahmslos strafbar zu machen und daher die frage an frau piesl sie haben es ist es ist eine komplexe angelegenheit und ich habe mir auch die verschiedenen stellungnahmen und auch gesetzentwürfe durchgelesen die grünen haben gesetzes und haben gesetzentwurf vorgeschlagen schon im im sommer vergangenen jahres es gibt eine stellungnahme von ihnen also vom deutschen juristinnenbund und auch vom bff vom bund frauen bff und da gibt es unterschiede aber vielleicht können sie uns erst mal noch mal kurz skizzieren was ist denn gerade sozusagen stand der dinge was ist schon was wird vorgeschlagen zur reform und warum sind sie der ansicht dass das nicht weit genug geht ja vielen dank ich knüpfe dann erst mal gerne an das was ich eben bei meinen drei spontanen stichwörtern gesagt habe das bedauern über die instrumentalisierung dieser debatte wenn ich anschließen darf an die frage die in der gerade abgelaufenen runde beantwortet worden ist sie haben gefragt warum ist die sexismusdebatte da nicht stärker geführt worden ich glaube weil es im kern und in der breite dieser dieses öffentlichen diese öffentlichen empörung eben nicht um sexismus sprich nicht um frauen geht sondern es geht um viele viele andere dinge ich bin weder psychologin noch soziologin ich kann darüber immer nur mutmaßen aber mein eindruck ist dass es immer dann wenn es um den schutz der sexuellen selbstbestimmung mit blick auf frauen geht letztlich um die schutzansprüche von männlichem eigentum geht und das aus dem grunde das aus dem grunde die frauen recht schnell in den hintergrund getreten sind und nicht die rolle gespielt haben insofern war köln wenn wir das herrn karadenes aufnimmt jetzt als chifre nehmen wollen oder als metapher ein katalysator denke ich für etwas was ohnehin da ist und was jetzt endlich mal gesagt werden musste und wenn es geht auch von jedem aber was mit den frauen und mit den übergriffen auf die frauen nicht im kern zu tun hat sondern es war nur ein anlass ist bei gelegenheit passiert aber das war nicht der punkt würde tatsächlich die sexuelle selbstbestimmung umfassend geschützt sein und sein und werden sollen dann hätten wir dazu lange und länglich gelegenheit gehabt die rechtslage in deutschland ist nämlich so dass der 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 sexuelle übergriff also der klassische vergewaltigungs paragraf wie wenn denn paragraf 177 nur dann einschlägig ist wenn man mit gewalt vorgeht oder mit drohung gegen gewalt also alles was unterhalb dieser schwelle ist ist keine sexuelle nötigung im sinne von paragraf 177 man kann auch das brutal formulieren sie müssen gewalt anwenden also eine person schlagen festhalten oder was auch immer oder damit drohen so etwas zu tun nach der gegenwärtigen rechtslage sonst ist es nicht als sexuelle nötigung oder im schweren fall als vergewaltigung strafbar darauf beruhen ganz viele einstellungen von anzeigen die eben erstattet werden wenn es gleichwohl zu seinem übergriff kommt und das ist eine schutzlücke die nicht erst seit wenigen jahren und auch nicht erst seit köln köln hat nämlich keinen anlass zu dem in so weit geboten diskutiert wird sondern das wird schon ganz lange diskutiert und die europarechtskonvention die sie ansprechen vor der kapat die ist ja von 2011 und bis europa auch wenn europa vielleicht schneller ist manchmal als wir das in deutschland sind aber europa braucht auch gewisse vorläufe will heißen bis es zu so einer konvention kommt ist ja auch schon wieder viel zeit ins land gegangen also das problem ist eigentlich jahrzehnte alt bis ich dann 2011 der europarat entschlossen hat diese konvention aufzulegen inhalt dieser konvention ist es sämtliche nicht einverständliche taten übergriffe unter strafe zu stellen als einen umfassenden schutz zu gewähren gegen sexuelle übergriffe die ohne oder jedenfalls die gegen den willen einer person vorgenommen werden ganz egal ob die sich nun dagegen noch zur wehr setzt überwältigt werden muss oder nicht wir haben das unterschrieben aber wir haben das bislang nicht ratifiziert dazu müssen wir ein gesetz haben damit dann diese konvention bei uns auch gilt eigentlich doch ganz selbstverständlich sollte man sagen was kann man denn dagegen haben dass nicht einverständlicher sex strafbewehrt ist aber es ist eben ganz anders es hat lange lange zähe diskussionen gegeben und dann hatten wir endlich im letzten jahr und zwar im sommer einen entwurf einen referenten entwurf und zwar weil das im koalitionsvertrag so vereinbart worden ist dass wir diese strafbarkeitslücken schließen dieser entwurf hat aber das licht des tages nicht erblickt das licht der welt nicht erblickt weil er eben hoch umstritten war also er ist bei den bei den verantwortlichen nicht auf gegenliebe gestoßen ist im unterverschluss gehalten worden wir haben als verbände mit vielen anderen gefordert dass er nun endlich in die abstimmung geht und wir uns dazu äußern können das ist passiert am 22 dezember 2015 das ist also eine gute woche vor silvester das heißt im klartext dieser entwurf hat mit köln wofür köln nur noch immer stehen mag überhaupt nicht das allergeringste zu tun der lag schon ein halbes jahr auf eis und ist dann endlich in der vorweihnachtszeit lanciert worden mit einer frist zur stellungnahme bis jetzt im februar die jetzt gerade abgelaufen ist und insofern ist es sehr bedauerlich und tut dem entwurf auch nicht gut und tut diesem ganzen längst überfälligen vorhaben nicht gut dass es in den kontext gestellt wird als hätten diese diese ereignisse von dem bahnuels vorplatz irgendetwas damit zu tun das hat es nicht und das sind auch keine lücken die sich aufgetan haben weil wir auf einmal viele andere menschen aus anderen kulturen bei uns haben sondern das sind lücken die bestanden haben weil unsere deutsche gesellschaft nicht für erforderlich gehalten hat übergriffe gegen den willen einer person wenn sie sich nicht wert unter strafe zu stellen das ist eine ganz klare sache und dabei habe ich immer schon gedacht und welches signal senden wir deutsche gesellschaft damit an leute oder meinetwegen auch an die täter von köln was ist uns denn die sexuelle selbstbestimmung in diesem land überhaupt wichtig überhaupt wert ja was soll das für eine vorbildwirkung haben zu einem anderen punkt ist das dann ja auch noch ganz virulent geworden das haben sie auch alle vielleicht in dem zusammenhang das erste mal gehört dass das sogenannte angrabschen antatschen von personen im nahverkehrszug auf dem bahnhaus vorplatz wo auch immer kann ich strafbar ist weil man um eine sexuelle handlung zu haben in deutschland eine gewisse erheblichkeitsschwelle haben muss überschreiten muss mit der handlung und tatsächlich werden sehr sehr viele taten die auf überraschung beruhen oder eine flüchtige bewegung darstellen eben gar nicht erst verfolgt und weil die frauen das wissen zum teil wissen zeigen sie es auch gar nicht erst an das ist auch einer der hintergründe die frau kappert hat uns eben noch mal die die zahlen genannt außer süddeutschen mir sind die auch in dieser größenordnung so bekannt was da bislang passiert ist und wo denn die ganzen anklagen sind und weiß der himmel nein das ist nicht weil unsere justiz überlastet wäre sondern es gibt im augenblick keine möglichkeit diese taten strafrechtlich zu verfolgen wenn sie nicht eben eine erheblichkeitsschwelle überschreiten oder als landfriedensbruch strafbar sind weil mehrere beteiligt sind aber so das übliche anfassen so mal eben das ist in deutschland nicht strafbar ist die zweite signalwirkung finde ich verheerende signalwirkung an irgendwelche leute die wir zu anderen verhalten gegenüber frauen erziehen wollen ja ihnen erst mal zu sagen also das könnte schon machen das ist bei uns gar nicht strafbar und auch noch nie gewesen und die sollen sich mal nicht so anstellen die frauen da steht er irgendwie dann im raum aus konsequenz dessen also der der juristinnenbund und viele andere organisationen haben seit jahrzehnten gefordert dass diese strafbarkeitslücken bei dem was wir als vergewaltigung empfinden nämlich gegen den willen einer person ihr sexuelle handlungen aufzunötigen und sie und besonders natürlich wenn die mit eindringenden körper verbunden sind landläufig vergewaltigung genannt dass das strafbar sein muss ganz egal ob die frau sich wehrt oder der mann gewalt anwendet oder ja der mann sage ich jetzt mal statten sie mir den das gender-thereotyp denn das ist nun mal der einzige fall der bislang wirklich in der praxis eine eine tatsächliche rolle spielt und natürlich und darüber deswegen meinen wir dieser entwurf den es im augenblick gibt der die strafbarkeitslücken schließt der ist wichtig aber nach unserem dafür halten deckt er die die vorgaben der istabon konvention nicht insgesamt ab sondern da braucht es mehr dahin geht unser entwurf wir haben aber einen großen entwurf auch gemacht der eine neuordnung des gesamten abschnittes der straftaten gegen die sexuelle selbstbestimmung vor sieht uns ist wichtig dass dieser entwurf jetzt immerhin einen ersten schritt darstellt ist eine kleine lösung aber sicherlich besser als gar keine aber die regierung sollte nicht aus dem blick verlieren dass insgesamt sexualstraftaten strafwürdig sind gegenüber jedermann begangen von jedermann und dass ein lückenloser schutz der sexuellen selbstbestimmung ein wert ist das zeigt diese diskussion nämlich auch die jetzt anlässlich köln schwappt menschen gehen ganz selbstverständlich davon aus die bevölkerung geht ganz selbstverständlich davon aus dass niemand gegen sein willen angesprochen 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 nicht ange ja es ist ein hässliches wort hat angefasst danke sexualisiert angefasst werden darf und das denke ich das sollte der gesetzgeber abbilden schon ganz lang jetzt stoppen sie mich jetzt erstmal frau kappert ja ganz herzlichen dank für die ausführung so ich hatte ihn ja bereits eine zweite flüsterrunde angekündigt für die ist jetzt die zeit gekommen das erfahren ich wiederholt nochmal ganz kurz ist jetzt so ich würde sie bitten jetzt noch mal zu an ihren tischen zurück an ihre tische zurückzukehren zu dem gespräch an ihren tischen weiter fragen zu formulieren wir werden dann werden dann werden meine kolleginnen henning von wagen francesca schmidt diese zu fragen einsammeln kurz sortieren und werden meine kolleginnen die fragen sortieren und gucken dass sich das nicht wiederholt ein bisschen themenbereiche identifizieren werde ich mich noch mal mit frau psal darüber unterhalten wie jetzt eigentlich angesichts die 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 kritik liegt auf dem tisch ist es jetzt sozusagen der ball ist jetzt wieder im feld der regierung wie ihre einschätzung ist welche 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 möglichkeit welche politische lösung jetzt favorisiert wird wo noch eingegriffen werden konnte wo nicht soweit jetzt aber erst mal zu ihnen zurück an die tische ja ich hatte es ja schon angekündigt während meine kolleginnen die fragen sortieren möchte ich noch mal die gelegenheit nutzen frau psal unter anderem zu fragen würde ich sie gerne noch mal fragen wie sie jetzt also zum einen wie sehen sie jetzt eigentlich also auch angesichts des gesellschaftlichen kontext der debatten die chancen dass auf ihre einwände dass die schutzlücken also dass es nur ein kleiner schritt ist das war die formulierung die sie verwandt haben ist eine kleine lösung und eben nicht nicht den also nicht die nicht die nötige lösung um tatsächlich sexuelle selbstbestimmung zum schutzlos also lückenlos geschützten rechts gut zu machen wie sehen sie denn die chancen das noch mal auf ihre kritik eingegangen wird das wäre meine eine frage und die nächste die sich ja auch anschließt ist was kann man eigentlich über ein strafrecht regeln was 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 ist da möglich und an welcher stelle ist aber also ist die kultur gefragt ist erziehung gefragt das ist auch eine position die tiwiki germain eher stark machen möchte also sozusagen das und die diskussion kennen wir ja immer also sozusagen wie viel staat brauchen wir um gesellschaft zu emanzipieren wann wird zu viel strafrecht hat das eine gegenteilige wirkung also ich würde zum einen welche chancen sehen sie jetzt ganz konkret für ihre kritik dass sie aufgenommen wird und zum zweiten wo vielleicht auch in ja würde ich euch beide dazu fragen wo sind eigentlich so die grenzen überschritten oder wo ist der an also wo sehen wo ist der antagonismus zwischen zu viel staat und gesellschaftliche emanzipation frau pisa ich habe mir das jetzt das merkposten ist eine kleine und eine große frage kategorisiert die kleine frage die die kann ich relativ schnell beantworten also so traurig das ist dass köln jetzt die plattform bietet für diese diskussion so sehr muss man sagen ja dann wenn es alle nutzen dann nutzen wir es doch auch ja und bleiben dran und machen darauf aufmerksam allerdings in den kontext in den es gehört was uns schon lange fehlt und was wir denken dringend geändert werden muss insofern fürchte ich bedauere ich dass köln den 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 nährboden bietet dafür dass unsere kritik und auch unsere erforderungen jetzt auf fruchtbaren boden fallen ich denke schon dass über diesen referentenentwurf dann in absehbarer zeit abgestimmt sein wird wie gesagt die stellungnahmefristen sind jetzt abgelaufen im februar das wird das alles gesammelt dann die ressort abstimmung war ja nicht abgeschlossen das wird nehme ich an jetzt relativ schnell so passieren und damit auch der entwurf es bin kein hellseher das sind jetzt alle spekulationen aber ich gehe davon aus dass es gemacht wird auch um zu zeigen dass was gemacht wird schlechter sieht es glaube ich aus für unsere weitergehende forderung die nicht nur wir vertreten sondern das ist auch recht bald aus politischen reihen also besonders von frauen auch aufgebracht worden dass nämlich endlich diese sexualisierten übergriffe angrabschen stichwort unter strafe gestellt werden weil das einfach so nicht hinnehmbar ist aus meiner sicht als als frau und egal wo ich mich als feministin vor orte nehme ich an dass das ein konsensfähiger eine konsensfähige position ist denn das ist eigentlich einer zivilisierten gesellschaft vollkommen unwürdig dass man eine hälfte der gesellschaft einfach anfassen kann ich habe schon überlegt aber das ja wir sind ja jetzt hier öffentlich und leider nicht schatt im house rule ich hatte schon über eine aktion nachgedacht so könnte man um den ersten april herum planen die unter dem stichwort greift zu mal dass das ganze mal umgekehrt spielt ich will das jetzt nicht weiter ausführen das überlass ihre fantasie aber da ich sowohl einen seriösen beruf ausübe als auch einem seriösen verband angehöre will ich das jetzt hier überhaupt gar nicht gesagt haben so das ist das eine kleine frage also chancen glaube ich die sind ganz gut und was das weitere anlangt die große lösung da bin ich nicht optimistisch ich denke dass sich das was das was geschieht in dem abspielt was wir jetzt an ihr an idee haben was auf dem tisch ist das wird vermutlich umgesetzt werden davon gehe ich jedenfalls aus ich hoffe ohne allzu große abstriche weil dann wirklich nicht viel von übrig bleibt aber damit ist das thema dann wahrscheinlich auch politisch erst mal abgearbeitet mal ganz abgesehen davon dass die legislatur zu ende geht und was bis diesen sommer nicht durch ist auch nicht mehr durchkommen wird also die große lösung eines tages können wir nur hoffen was uns gelungen ist und woran wir alle weiter arbeiten müssen ist die diskussion am laufen zu halten um die sensibilisierung weiter zu vorzutreiben wie frau germain auch wahrscheinlich gleich dazu sich auch äußern wird was kann strafrecht leisten oder nicht ist das eigentlich die große die überleitung zur großen frage nun also frau kappert hat mich vorgestellt ich arbeite in strafsachen in der letzten instanz im land brandenburg ich sehe vom erschleichen von leistungen bis zum mehrfachen mörder der eines tages entlassen werden möchte fast alles ich habe eine ganz ganz große bandbreite von sachen täglich auf meinem tisch und ich könnte diese arbeit nicht machen wenn ich nicht daran glauben würde das strafrecht einen sinn macht ich glaube in diesem fall hier auch daran dass es sinn macht die sachverhalte von denen ich gesprochen habe ich als defizitär empfinde sie zu kodifizieren also in geschriebenes recht zu gießen das ist nicht bei jedem sachverhalt gleich wichtig oder gleich angezeigt sicherlich nicht strafrecht ist die ultima ratios darf nur einsetzen und alles andere wäre auch mit dem freiheitlichen staat gar nicht so zu vereinbaren darf nur da ansetzen wo es unverzichtbar ist ich habe den eindruck dass es unverzichtbar ist die sexuelle selbstbestimmung insgesamt und umfassend zu schützen und weil das aber defizitär gelebt wird es unter strafe zu stellen gesetze sollen einerseits abbilden was die gesellschaft als schützenswertes gut empfindet also aufnehmen was da ist vor dem hintergrund meine ich ist es überfällig das sogenannte angrabschen endlich zu kodifizieren auf der anderen seite bieten gesetze aber auch immer und gerade das strafrecht gebotsnormen also jedes verbot ist auch ein gebot sich in einer bestimmten form zu verhalten und vor dem hintergrund ist für mich strafrecht wie viele anderes aber strafrecht ganz besonders impliziert eine wechselwirkung einerseits nimmt es auf was die gesellschaft als wert gesehen und sich darauf verständigt hat und umgekehrt er zieht es die gesellschaft und vor dem hintergrund halte ich in diesem kontext es nicht für überbordenden staat oder eingriffe in die freiheit sondern für notwendig zu kodifizieren i absolutely agree and i think um that you've hit it right on the nail um the legal aspect should be the last resort and before we before we forget our responsibilities as people in a society you know having influence on each other having influence on children that grow up to be adults that may or may not grow up to grab someone here and grab someone there and touch someone here and touch someone there we have to look at the responsibility that we have as well um not only us as individuals but also the state the state sure we have people coming in from all over the world berlin is one of the what do they call this the city of the future um you have lots of tourists coming in your laws there are a lot of them there are a lot a lot of german laws um you have to tell people about them or people don't know one of the biggest issues that's happening right now within the communities of refugee people is that they are not being communicated what is okay and what's not okay it's very simple give someone orientation this is what you do with children you give them orientation as a mother you would tell your child don't touch someone that does not want to be touched respect when somebody says no if i tell you and i'm your mother and you don't respect that then the last thing is the law you will grow up and the law is there but we have to take our own responsibility we have to do it as individuals and let people know and this isn't just someone or something for people of color this is also something for white people for women as well as men i mean i mean it it goes universally we have to take our responsibilities at zion it's a community thing vielen dank ich würde jetzt gerne zu den fragen aus dem publikum kommen henning liest du vor ja vielen dank an alle die hier fragen formuliert haben oder auch statements ist in der ganze reihe zusammengekommen wie schon gesagt wir haben es versucht ein bisschen zu klastern wir haben hier so vier blöcke gemacht und daraus werden wir jetzt einiges an das podium geben es gibt ein so ein teil das sind eher so wir haben es mal wissensfragen genannt wo es noch um ganz konkretes wissen geht wie hat die welche strategie hat die polizei wie ist das da jeweils gelaufen was kann man da tun die haben erstmal zurückgestellt weil das sind sachen die man können wir wahrscheinlich auch im nachhinein ganz gut noch mal mit informationen belegen die wir vielleicht dazu noch finden dann haben wir einen teilbereich der geht eher in richtung welche strategien kann man eigentlich gehen die würden wir ganz ans ende nehmen wir haben einen teil noch einen teil von fragen die sich auf die medienberichterstattung beziehen und dann mehrere da geht es um das um die komplexität die wir gerade schon mal in der debatte angesprochen haben bevor wir dann daraus was nehmen zunächst noch zwei ganz konkrete fragen die sich aber kurz beantworten lassen einmal an frau fedor mensa da ging es noch mal um ausnahmslos also bestand direkter kontakt mit betroffenen frauen war hier die frage also den betroffenen frauen aus köln und haben das jetzt unterpartiet die zweite ging an frau pisa wer blockiert denn eigentlich jetzt in diesem prozess die sexe sexuelle selbstbestimmung dann machen wir gleich weiter wenn die beiden fragen beantwortet sind genau also direkter kontakt zu betroffenen aus köln bestand nicht kann ich beneiden ja das ist im abstimmungsprozess eben immer so eine sache welcher politiker welche politikerin welche partei welche fraktionen für oder gegen etwas ist und da mag ich mich jetzt nicht festgelegen ich könnte nur spekulieren ich weiß eben nur es ist nicht weitergegangen und alles andere kann ich leider nicht beantworten ich weiß es nicht ich selber bin im politischen betrieb nur über meine über meinen verband gelegentlich aber ich kann ihnen nicht sagen woran es hakt hat ich habe vermutungen also ich könnte mir vorstellen dass man grundsätzlich darüber nicht nicht begeistert sind über diese verschärfung das schließe ich daraus dass immer wieder vorgebracht wird als eins der argumente ohne dass der entwurf öffentlich war dass wenn man das so machte man ja nachher ganz und gar ausgeliefert sei was so eine frau behauptet und da könne man ja auch gar nichts mehr beweisen wie überhaupt die beweisschwierigkeiten ins feld geführt werden im fall von fehlender gewalt das ist schon fast ein zynisches argument muss sagen das hat mich nie begeistert außerdem ist es nicht nicht konsistent denn wenn die gewalt in der drohung besteht indem ich mit der gewalt drohe dann sehe ich nachher auch nicht unter welchem einfluss die frau sich da hat bereit erklären müssen das über sich ergehen zu lassen und beweisschwierigkeiten gibt es fast immer vor gericht also wenn das nicht so wäre braucht man nur ans gesetz zu schauen einer sagt was und dann und dann wird das irgendwo übersetzt das könnte auch notar vielleicht machen dann brauchte man keine beweis aufnahmen also schwierigste vor einem urteil ist hinter die wahrheit zu kommen in jedem verfahren das gilt auch für manche den ladendiebstahl und nicht nur für die vergewaltigung oder den mord dann gibt es jetzt noch ein paar fragen zur komplexität das wurde auch vorhin angesprochen unter anderem komplexität aufdröseln ohne rassistische zuschreibung wie geht das eine frage wie können die erfahrung meint history kontinuum des deutschen weil der deutschen was mehr als gesellschaft ausgebrochen aufgebrochen werden das geht ja eine ähnliche richtung und dann eine die sich relativ leicht beantworten lässt ist die frauenbewegung genauso rassistisch wie die mehrheitsgesellschaft ich nehme die jetzt mal als wissensfrage mit hier rein gut vielleicht erst mal wie kann es aufgebrochen werden ein vorschlag ja wie kann komplexität aufgebrochen werden das ist glaube ich die große herausforderung für uns alle ich dachte wie kann rassismen also wie kann wie kann das system der rassismen aufgebrochen werden das ist das ist eine gesellschaftliche aufgabe eine gesamtgesellschaftliche aufgabe und das ist eine aufgabe da müssen wir uns nichts vormachen da werden wir noch lange 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 dran sitzen was ich mir wünschen würde ist dass wir an der stelle also es hat meines erachtens mit mehreren aspekten zu tun auf der einen seite ist es so dass ich gerade in der bildungsarbeit häufig menschen begegnen die halt prinzipiell gewillt sind gewillt sind ja die wollen lernen die sind interessiert und dann ist es so dass sie sich häufig irgendwie kompetenzen aneignen wollen interkulturelle kompetenzen stück weit selbstreflektion das ist so dass was sie auf der einen seite betiteln auf der anderen seite merke ich dass es häufig so eine art erwartungshaltung ist so eine art gebrauchsanleitung ja wie gehe ich jetzt mit dem kanaken um entschuldigung für die wortwahl ja aber das ist so ein bisschen das was mir dann irgendwie herangetragen wird entweder direkt oder indirekt und das muss man sich halt einfach mal vergegenwärtigen was das heißt das ist jetzt ungefähr so als wenn ich halt die politik von frau merkel verstehen möchte und dafür halt das cdu parteibuch lesen würde ja oder das ist so als wenn ich halt ja als wenn ich halt menschen begegne und dann mir vielleicht irgendwie jemanden anschaue nehmen sie es jetzt bitte nicht persönlich aber denke naja die frau die sitzt da so ein bisschen zugeknüpft das liegt daran dass sie eine frau ist oder der mensch sitzt da halt auf so eine art und weise ein bisschen verkniffen das ist die protestantische ethik die dahinter steht ja und das sind so kategorien in denen ich versuche menschen zu entschlüsseln also sie alle haben selbstverständnis sie haben eine vielfache multiple identität das gehört zu ihrem selbstwert und ihrem selbstbewusstsein und das selbstbild was sie halt von kindesbeinern irgendwie erlebt haben und beigebracht bekommen haben und bei menschen die irgendwie auch immer geartete migrationsgeschichte haben ist das in der regel nicht anders ja das sind väter das sind mütter das sind liebhaber das sind geschwister das sind kinder das sind handballer und was weiß ich was noch alles ja und all diese facetten ihrer identität die sind eigentlich in der gesamtgesellschaftlichen wahrnehmung so gut wie nie präsent die waren alle ja die fallen alle weg und am ende werden diese menschen letztlich immer über die eine relevante kategorie entschlüsselt ich hatte vorhin mit meinem beispiel versucht zu verdeutlichen dass diese kategorien durchaus im wandel also im laufe der zeit wandelbar sind aber es sind meistens diese diese kategorien ja momentan ist es dann die kategorie muslimisch seit einigen jahren und das hat mit den menschen selbst nicht so viel zu tun und wir brauchen halt in unserer gesellschaft ein bewusstsein dafür wenn in den 50er jahren in unserer gesellschaft beispielsweise fleiß ja und ordnung und strebsamkeit hohe güter waren dann war es so dass die anderen menschen immer faul waren oder 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 ja also immer das gegenteil ja dann haben die halt das repräsentiert was gerade in dieser gesellschaft nicht gefragt war oder wofür die gesellschaft nicht stehen wollte im laufe der zeit hat sich das gewandelt in den 90ern war es dann so dass die deutschen halt nicht mehr für ordnung stehen wollten sondern plötzlich wollten sie halt weltoffen sein und und ganz liberal und und auch so ein bisschen rhythmus im blut wenn man mit klischees sprechen möchte und plötzlich war es so dass die dass die anderen genau das gegenteil waren ja die waren anachronistisch die waren die waren halt eher rückwärts gewandt die waren engstirnig und die waren halt nicht liberal sondern halt eher fundamentalistisch also gerade an solchen diskursen muss doch jedem halbwegs intellekt also begabten menschen der da so ein bisschen sich sich offen mit dem ganzen befasst irgendwie deutlich werden das ist gar nicht so sehr mit dem menschen zu tun hat und das ist das was wir brauchen um komplexität an der stelle erst mal ein stück weit zu verstehen es braucht halt gesamtgesellschaftlich als aufgabe eine auseinandersetzung mit rassismus und rassismus ist halt nicht das sind nicht die ostdeutschen jugendliche auf dem lande die halt baseball können schwingen die gibt es auch aber mit denen haben die allerwenigsten zu tun aber wenn ich oder einfach mal meine mittenrednerin hier auf dem publikum wenn wir uns irgendwo begegnen ja dann müssen wir über diese themen nicht reden dann ist das halt klar dann ist das präsent das ist das womit wir groß geworden sind das ist das was was wir von kindesbein an erfahren haben die große herausforderung ist immer wieder in dem moment wo man mit menschen zusammen ist die nicht davon betroffen sind die nicht sensibilisiert sind für diese themen dass man genau diese themen immer wieder versuchen muss an diese leute heranzutragen man muss halt schauen was ist das was sie verkraften können wofür sind sie im stande man muss versuchen die richtigen worte dafür zu finden und man muss dann versuchen das häppchenweise stückweit den leuten halt anzutragen ohne dass sie entweder weggeweht werden oder in in gegen angriffe übergehen also für mich die quintessenz lassen sie es mich noch mal wissenschaftlich ausdrücken ein arschloch ist ein arschloch weil er ein arschloch ist nicht weil er moslem ist oder flüchtling das ist zentral und das können wir doch in jeglicher andere kategorie auch sehen also wenn wir eine gewalttat haben wenn wir ein verbrechen haben dann ist ja nicht so dass wir da in der regel lesen eberhard k protestant tisch aus oder sonst was ja das sind nicht die kategorien in denen wir denken denn die gehören das würde jetzt wieder neues feld aufmachen aber die gehören zu uns die sind teil der gedachten gesamtgruppe ja und die anderen das sind dann halt immer menschen wie ich oder meinesgleichen bei denen wird es dann halt plötzlich thematisiert bei denen ist es halt wichtig bei denen ist es ein faktor das ist erstmal meines erachtens das grundsätzliche wenn wir das verstanden haben dann können wir den nächsten schritt übergehen und komplexität stück für stück für stück weiter aufdröseln sie haben gerade luft geholt ja ich möchte den frieden ein bisschen stören ich höre nämlich bernkar denis auch ganz viele stereotype wir haben gerade gesprochen aber die frage war wie kann man die komplexität aufbrechen ohne in die rassismen zu verfallen wenn ich jetzt rassismus mal mit stereotypen gleich stelle also stereotypen sind nicht per se schlecht sind nicht rassismus sondern stereotypen sind nicht per se schlecht sind kategorien mit denen ich wahrnehmung beschleunigen kann komplexe sachverhalte in kurzer zeit auch intuitiv und instinktiv wahrnehmen insofern sind stereotypen wichtige entscheidungsträger oder jedenfalls geübte entscheidungshilfen und ich habe bei ihnen auch ganz viele goethe karadenes solingen zum beispiel solingen war eine schiffre als werder war eine schiffre ich weiß wohl was da passiert ist aber genauso wenig fühle ich mich zum beispiel als deutsche mit solingen abgebildet oder mit heuerswerder das hat weder meine das hat weder meine zustimmung gefunden noch sehe ich da die breite der gesellschaft hinterher das war nicht so frage die sich ja darstellt ist wird das an sie tagtäglich herangetragen werden sie damit tagtäglich konfrontiert müssen sie sich dafür rechtfertigen müssen sie sich davon distanzieren dass ich jetzt dass ich jetzt an dieser stelle auf sie reagieren zeigt ja im augenblick zum beispiel werde ich es und auch bei vielen anderen dingen die sie gesagt haben das war der ordnung die fleiß also der deutsche definiert sich in den 50ern so in den 90ern so und wie jetzt so das sind auch stereotypen und wenn wir uns kennenlernen würden würden sie vielleicht was wissen über meinen persönlichen fleiß mein ordnungssinn meine tapferkeit oder meine beweglichkeit und party fähigkeit also ich ich glaube dass wir den komplexen zusammenhang in diskussion sehr schwer ohne irgendwelche cluster zu bilden auflösen können ich glaube ist mein schluss ist mein schlusssatz dazu dass das überhaupt nur über persönliche begegnung geht das nur dann wenn ich einen menschen kennen lerne und sei es auch nur oberflächlich auch schon nur als vater im kindergarten ich mich von der von der ersten idee die ich habe wenn ich jemanden sehe die blonde frau der mann im gestreiften pullover der mit den birkenstocks irgendwas also irgendwas was mir hilft den jetzt irgendwie zu kategorisieren das halte ich für ganz normal das machen alle da komme ich nur von weg und entdecke die anderen seiten noch jenseits des birkenstocks wenn ich die person auch nur im ansatz kennen lerne ich muss nicht mit jedem befreundet sein dass ich alle tage mit ihm verbringe aber indem ich einen persönlichen eindruck gewinne und das ist denke ich die einzige möglichkeit uns zusammenzubringen ich habe zu disagree ich habe zu disagree on a lot of points um and and starting with stereotypes nothing good ever came out of stereotypes stereotypes is third generation information it's information that you haven't made it's information that the person who's telling you probably hasn't made it's an experience or or a begegnung so so to say um generalizations information that you can make about people from the 90s because you lived in the 90s in germany i did not i can't do that i was never here in the 90s but i can talk about the 90s u.s. i can talk about the 80s u.s. what i find extremely difficult in this situation and i also have to disagree with you on this a bit racism understanding it the categories that is simple because it existed at a time before us if we want to learn about it we can open a book we can read it we can read the descriptions that are there and they are written down racism is is very young it's about as it's almost as young oh no it's not actually the german identity is probably a bit younger than that because we can't forget 1871 germany became a nation and an identity at the same time part of the 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 difficulty that we have dealing with the the challenges of identity and and the other is because german identity is wrapped in this need to create the other to become the german identity and this is where we get this is where we trip this is where we where we unfortunately stumble upon ourselves racism is easy it's it was an attempt at science that's the issue um to go early kite and um sorry i'm speaking german now racial identities racial descriptions these all have a date they were written down in a book you want to learn about every racial category every racialization that exists look it up the dictionaries are there that's a colonial dictionary from the 1700s everything is in there you want to talk about um creating the other criminalizing the other look up the definition for quote unquote sigoina it was a curse back then too these things are not new and when we take them as something that is new that is the danger of it that is when things become complex because in fantasy we can make things as complex as we want them to be but in reality there's a beginning and an end thank you i know the time drängt und sollte jetzt nicht noch mal einhaken aber ich muss einfach noch ein wort dazu sagen und zwar was jetzt außen vor gelassen haben in der ganzen analyse ist halt der faktor macht und macht ist das was bei rassismus einfach immer mit einem hergeht rassismus dient dazu andere zu entmächtigen in einer entmächtigten position ja zu lassen und dem ganzen halt einen sinn zu geben und das ist etwas was nicht passiert wenn man einfach in kategorien denkt um welt einfacher zu begreifen can i say one thing to this because it's a very important point power this this power to to create an identity to give someone a category to give someone a title to give someone a description or not when you talk about the descriptions of the nordafrikaner the araba we're not talking about people we're not talking about people when you talk about a black person that is a person emphasis on person right and then the political identity that recognizes everything that comes along with it der schwarze 17 jahrhundert eine beleidigung schwarze person was anderes it's you know it's the power to to define someone it's the power to remove or give them their humanity and that is what we're dealing with jetzt hat sich jedoch noch eine diskussion entspannen möchte auch nicht abbrechen ich möchte aber ganz kurz ankündigen dass der karaden jetzt zum zug muss das heißt und es ist jetzt gleich um neun das möchte ich möchte mich etwas noch mal kurz bei ihnen bedanken für die teilnahme weil herr karaden ist wird dann gleich aufspringen und zum zugrennen um noch nach leipzig zu kommen heute abend also an der stelle vielleicht erst mal ein applaus für den karaden und jetzt möchte frau pisa noch mal ein kurzer satz weil sich das so schön betet ich sehe keinen widerspruch zu dem was ich gesagt habe ich habe nicht gesagt dass es gut ist ich habe stereotype nicht bewertet ich sage sie sind da das ist so ja tschüss aber das verbindende wort das ist die macht tschüss der karaden ist ja rassismus ist das verhältnis der der unterordnung der bewertung und das unterscheidet von stereotypen stereotypen sind cluster bildung um klar zu kommen rassismus das ist ganz stark vereinfacht natürlich nur schafft über und unter ordnung schafft wertigkeiten das ist das gefährliche daran und das was zu überwinden gilt und das verbindende und das eigentlich sprachen wir über sexismus das ist ja der ausgang hier gewesen eigentlich diese übergriffe sexualisierte übergriffe sind ein ausdruck von macht in erster linie auch die klassische vergewaltigung ist in den wenigsten fällen eine die einem unbezwingbaren trieb geschuldet ist sondern ist ausdruck einer macht ja die natürlich auf einem ohnmachtsgefühl letztendlich fußt das ist die große verbindung und dann natürlich gilt es dem entgegenzuwirken wie das im bereich sexismus gelingen kann das ist eine das ist eine frage die uns hier heute abend überfordert aber im bereich rassismus glaube ich ist die einzige möglichkeit tatsächlich für mich die ich sehe die persönliche begegnung so ich würde jetzt gerne wieder ins publikum zurück geben und die nächsten fragen ja wir haben zwei fragen komplexe noch müsst ihr gucken wie ihr sie bearbeitet das eine ist da geht es um das thema medien und berichterstattung da ist die frage ist die berichterstattung jetzt was wir auch gerade bei dem ein führungs input gesehen haben zum beispiel tagesschau ist die berichterstattung haupt verantwortlich für die stimmung hier im land und weiterführend welche berichterstattung wäre eigentlich der meinung des publik des podiums nach neutral und angemessen der sache gerecht gewesen das also das berichterstattung das andere ist das thema ja was können wir jetzt eigentlich tun und da gibt es gibt fragen in verschiedene richtungen was können wir tun um die debatte um sexismus zu verstärken wie kann man sie wegkriegen von der geflüchteten debatte was können wir tun um auch so was wie angrabschen beim oktoberfest dass das entsprechendes interesse hat was können juristische verbände tun wenn sie jetzt über jahrzehnte hinweg eigentlich auch nicht erhört werden um da stärker zu werden wenn es um rechtsprechung geht dass die lücken da bei sexueller gewalt gefüllt werden vielleicht mal so viel gut ich würde vielleicht anfangen mit mit ihnen frau fredo amenser best practice auf medien berichterstattung in dem zusammenhang fällt ihnen was ein also ganz zur frage die frage war auch ob die medien entscheidend waren für die meinungsbildung in der bevölkerung die stimmung im land ich glaube ein stück weit ja aber ich denke auch dass viele menschen durchaus in der lage sein sollten selbst zu differenzieren unabhängig von den medien und ich glaube einfach dass sehr viele menschen die auf einmal sehr laut wurden und leider sind es ja auch die hass erfüllten menschen die besonders laut sind momentan in unserem land ich glaube dass die diese einstellung zuvor bereits hatten und dass köln ihnen ihre ressentiment sozusagen quasi bestätigt hat da hätte die medien berichterstattung noch so differenziert sein können ich glaube diese menschen werden dennoch auf die straßen gegangen und hätten die gleichen parolen geschrien eine kurze nachfrage wenn wir jetzt von der sogenannten bürgerlichen mitte sprechen also den unentschiedenen was rassismus angeht mal so mal anders wie würden sie es da bewerten welchen einfluss hatte da hatten da die mediale berichterstattung also ich kann mir durchaus vorstellen dass die medien auch einen beitrag geleistet haben dazu bei unentschlossenen menschen einfach durch diese disproportionale über diesen diesen unproportionalen fokus auf die herkunft und das das und das täterprofil in bezug auf ihre herkunft in bezug auf ihre religion da hätte viel differenzierter darüber gesprochen werden können man hätte die milieus der täter viel näher viel intensiver beleuchten können in ihrer gänze und nicht nur reduziert auf eine religion die wenn ich mal wir wissen ja nicht mal ob das muslime waren selbst wenn sie aus syrien kommen oder aus algerien wissen wir nicht ob das muslime sind wir kennen nichts über ihre kultur also auf einmal sind alle menschen irgendwann nicht alle menschen entschuldigung das ist natürlich eine generalisierung aber viele der menschen die laut schimpfen sind auf einmal alle islam experten und expertinnen und ich frage mich wo kommt auf einmal diese expertise her also das ist irgendwie finde ich das lächerlich habe ich ihre frage beantwortet jetzt vielleicht noch mal ein positives beispiel in der berichterstattung muss ich sagen sie haben sie haben es angedeutet komplexere also komplexere beschreibung nicht nicht der filter den den auch herr karademis angesprochen hatte immer nur das eine merkmal für eine personengruppe aber fällt ihnen noch irgendwas ein wo sie sagen da haben sie das gelesen und das oder gesehen das hat funktioniert also ich meine dadurch dass es so schlecht anfing hat sich viel der medien dass viele der beiträge die darauf folgen bezogen sich immer wieder auf das was zuvor passiert ist also vieles waren reaktionen auf rassistische berichterstattung deswegen ist es ein bisschen schwer zu beantworten aber ich würde sagen dass all jenige beiträge in bezug auf köln in denen es primär um die betroffenen ging und um die situation die gesamtgesellschaftliche situation und sexismus in unserer gesellschaft als gesamtgesellschaftliches problem ging das sind die die ich als erfolgreich einstufen würde meiner meinung nach vielen dank dann zweite frage was können wir tun auch was können verbände was können auch juristische verbände tun die bei diese frage würde ich jetzt an sie beide gerne weitergeben vielleicht möchten sie anfangen ich möchte mich anfangen i actually have a comment to the last point in my previous life in new york i was a filmmaker and i know what it takes to make a story to me to the things that you have to leave on the cutting room floor to be able to tell the story that you want to tell and i find the german media to be extremely dangerous the message that 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 is put that is put out there um there is a law that you have against folks verhetzung this is inciting the public the messages that are that are put out there how people are described what is focused on what is not focused on when i wake up in the morning i watch the news to determine whether or not i take my pepper spray with me the met the media is dangerous here not just the news but also other programs it is very 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 dangerous there is no balance there is no balance and unfortunately it's it's it is you're you're right there is problematic media everywhere no no there is problematic media everywhere but the problem is that the german media has no balanced center everyone is reporting the same thing you can flip through every single channel and it is the same version of one-sided story i'm not comparing the german media to other places i am talking about the german media in and of itself there is no balance there is no no extreme left version or extreme right version it is all in the middle in the middle is a bit right at the moment which is what the general like this is what the majority of the people watch unfortunately good looking at statistics looking at statistics the majority of the population of everyday german people watch tv that means berlin berlin what is this show berlin tag und nacht and think this is scary okay ich glaube wir haben wir haben die die debatte ist klar die standpunkte sind sind klar ähm frau pisa sie wollten aber auch noch mal antworten von wegen was können verbände tun ja das auch aber ich habe gerade festgestellt ich höre nicht zur majorität da ich viel im auto unterwegs bin ist meine kenntnis immer in erster linie aus dem autoradio okay habe ich auch an diesem montag dem berühmten der dann folgte wo die ersten berichte kamen das ganzen tag im deutschland radio und inforadio gehört von diesen übergriffen aus köln und dann kam ich nach hause und ich schaue sonst nicht tagesschau mein mann hatte das an und ich wollte sich das sehen und dann war nichts davon in der tagesschau und das hat mich mehr als irritiert und zwar und ich hatte richtige wut dass ich gedacht habe aha sind ja nur frauen muss man nicht berichten ja so und ähm zur wahrnehmung in der presse es gibt gerade eine aktuelle geschichte ist ein paar tage her in kiel in einem warenhaus irgendein shopping center drei afghanische männer sollen es gewesen sein und dann so eine facebook oder sonstige social media aktion da habe ich gesehen wie unterschiedlich berichtet wird wie unterschiedlich absolut seriös und klipp und klar ich nenne jetzt die zeitung nicht ist auch heute schon abend genannt worden und im gegenzug die schlagzeile einem anderen blatt afghanen jagen mädchen durch shopping mall also da habe ich gesehen wie unterschiedlich man das darstellen kann ja aber jetzt die frage die eigentlich an mich war was können wir tun also was wir als verband bei allen dingen tun die uns wirklich wichtig sind dass wir suchen mitstreiterinnen wir versuchen solidarität zu schaffen wir versuchen für unsere haltung zu werben und auch bei den parteien entsprechend unsere dinge zu platzieren unsere ideen zu platzieren was wir auf jeden fall tun sollten und ich finde aber das tun wir auch egal ob feministischer verband oder menschenrechte allgemein oder oder was auch immer wir sollten klar darauf drängen auf die wahrnehmung selber auch mitgestalten indem wir sagen das interessiert mich überhaupt jetzt nicht wer das war denn ich will ja keine soziologischen forschungen betreiben oder religionsforschung ich habe im augenblick und dann mache ich mir einfach ein sachverhalt der ist juristisch zu bewerten oder erstmal zu bearbeiten und dafür interessiert mich das in erster linie jetzt erstmal nicht wer das war sondern ist interessieren mich an dem fall an anderen wo ist die ausstattung unseres rechtsstaates wo sind die mittel was brauche ich und das nicht nur bei der polizei und auf der straße sondern eben auch in den ämtern die die menschen irgendwie empfangen verwalten versorgen müssen wieder kommen was 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 müssen wir bieten um der gesellschaft die jetzt nun mal größer geworden ist und gewachsen ist die ressourcen anzubieten die sie braucht ich kann nicht jetzt in der situation so tun als wäre ich eine nachhaltig alternde gesellschaft die mit drei polizisten pro 100.000 einwohnern auskommen weil die eh nichts mehr tun das sind eben dinge dem muss man sich stellen man muss prognosen auch mal hinterfragen können und anpassen können und das nicht in den üblichen langen zyklen sondern manchmal eben auch ein bisschen schneller und ich finde daran können wir mitwirken indem wir sagen die situation ist so die situation ist verbesserungsbedürftig und wir wollen und das denke ich ist ganz wichtig darauf drängen dass unser rechtsstaat funktioniert und dafür die ressourcen bekommt ihr braucht also you know to address the the issue on an individual level diversify diversify the story find more stories to make a balanced picture go to go to events go to events from organizations that are that are represented or put together by people of color go to organizations or events that represent the the group of people that is being spoken about the most because i guarantee you what you're hearing in media what you're hearing or or receiving in your everyday life is not the real thing what is it don't have berührungsangst you know go out and find out for yourselves because when you do you become a multiplier and you help to balance the story that's being told in your society so ich denke wir nehmen noch eine frage an und der rest dann auf unserer webseite genau das ist vielleicht schon eine art abschlussfrage sehr kurz ist köln eine chance so das können wir ja als abschlussfrage nehmen oder für was könnte köln eine chance sein mögen sie anfangen ja also ich glaube ich hatte das in meinem eingangsstatement auf ihre erste frage schon so ein bisschen angedeutet und habe auch gleich gesagt dass das ein bisschen makaber ist das so zu sehen als chance also es wäre natürlich am besten gewesen wenn köln nicht passiert wäre wenn sexualisierte gewalt generell nicht passieren würde andernfalls denke ich dass es doch eine gelegenheit ist sozusagen über sexualisierte gewalt über sexismus in unserer gesellschaft zu sprechen und aufgrund der art und weise wie mit köln umgegangen wurde ist es auch eine große gelegenheit über rassismus in unserer gesellschaft zu sprechen insofern ist es traurig aber es ist tatsächlich eine gelegenheit ja dem kann ich nicht eigentlich nur anschließen was angesichts der fortgeschrittenen zeit bestimmt auf eine willkommenskultur hier treffen würde möchte sagen es ist vor allen dingen auch eine chance zu zeigen wie wirklich es um das verhältnis mann frau oft oft um das subordinations über unterordnungs auf das machtverhältnis hier bestellt ist in deutschland und das im bewusstsein weiter zu reflektieren und sich darüber im klaren zu werden dass eine gesellschaft genauso zivilisiert ist wie sie mit ihren frauen umgeht i don't think we need cologne to be an example i think we've had multiple examples every year i mean i'll bring it back to oktoberfest same thing different flavor i mean it's we don't need it cologne is not a representation of the conversation that needed to to happen on the first of january cologne is a representation of the conversation that we didn't have every other day before ja ganz herzlichen dank ich werde diesen diesen drei schlussstatements nichts hinzufügen ich bedanke mich für ihre aufmerksamkeit für ihre fragen für ihr interesse wie gesagt wir werden weiterhin noch ihre fragen auswerten und eine auswahl davon auf unserer webseite beantworten kommen sie gut nach hause vielen dank tschüss